Die hier zum Verkauf angebotene gepflegte ca. 57 m² große Bürofläche befindet sich in Krefeld, Krakau. Das Haus wurde 1950 erbaut. Beheizt wird das Objekt über eine Gaszentralheizung. Das Büro verfügt über Fliesen und einen Keller. Auf Anfrage teilen wir Ihnen gerne den Kaufpreis dieser Immobilie mit. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020